Die Ära der Quad-Core-Prozessoren im Gaming-Bereich neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Auf dem Mainstream-Markt dominieren mittlerweile CPU-Modelle mit 6, 8 oder sogar noch mehr Kern, während 4-Core-Prozessoren heutzutage fast ausschließlich in Office, Multimedia oder Einsteiger-Gaming-PCs zum Einsatz kommen. Dennoch verwenden auch heute noch viele PC-Spiele eine Quad-Core-CPU und hier könnte man sich schnell die Frage stellen, inwiefern sich solch ein Prozessor im Jahre 2020 überhaupt noch lohnt und ob man hier nicht sogar schon einboosten in Sachen Spieleleistung hinnehmen muss. Und genau darum soll es in dem heutigen Themenvideo gehen, viel Spaß. Im Jahre 2007 erschien einer der ersten Mainstream-Vier-Core-Prozessoren von Intel, und zwar der Intel Core 2 Quad Q6600. Vier Kerne galten zur damaligen Zeit als übermäßig viel und sollten vor allem eine hohe Zukunftssicherheit bieten, was sich hinsichtlich des langen Lebenszyklus von Quad-Core-Modellen letzten Endes auch bewahrheiten konnte. In den letzten Jahren und Monaten stellten sowohl Intel als auch AMD den Großteil ihrer Produktpalette ausschließlich auf mindestens 6 Kerne um. Hinzu kommt dann noch SMT bzw. Hyper-Threading, wodurch die physischen Kerne um weitere virtuelle Kerne ergänzt werden. Alle neuen Comet Lake i5-Prozessoren verfügen mittlerweile über 6 Kerne und doppelt so viele Threads und auch AMD bietet ab den Ryzen 5 Modellen immer mindestens 6 Kerne bis hin zum Ryzen 9 3950X mit stolzen 16 Kern. Der Trend in Richtung 6, 8 oder mehr Kern ist also kaum zu übersehen und trotzdem erschienen kürzlich zwei weitere AMD Gaming Quad-Core-Prozessoren, aka Ryzen 3 3100 und Ryzen 5 3300X. Und aus diesen Neuveröffentlichungen könnte sich schließen lassen, dass es vielleicht doch noch Zukunft für Quad-Core-Modelle geben könnte, wobei auch klar sein sollte, dass AMD sich mit diesen beiden CPU-Modellen, die im Übrigen auch über 8 Threads verfügen, eher an den Einsteiger bis Mittelklasse-Gamer gerichtet hat. Doch nun zurück zur eigentlichen Frage. Reichen vier physische CPU-Kerne für aktuelle Games noch aus, oder sollte ich doch lieber zu 6- oder 8-Kern-Modellen greifen und mein aktuelles System gegebenenfalls aufrüsten? Wie so oft lässt sich diese Frage keinesfalls pauschal beantworten. Vom Grundsatz her appelliere ich aber immer dazu, so lange nicht aufzurüsten, wie die Leistung eures PC-Systems euren Anforderungen genügt. Wenn ihr eure Games also flüssig und nach euren Vorstellungen zocken könnt, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund dazu, zwangsläufig auf einen Prozessor mit einer höheren Kernanzahl zu wechseln. Vielleicht stehst du aber aktuell auch unmittelbar vor einer Kaufentscheidung, möchtest dir einen neuen Gaming-PC bestellen oder deine bisherige Dual-Core-CPU aufrüsten. Und in dem Falle solltest du dir wirklich genau überlegen, wie viele Kerne dein zukünftiger Prozessor besitzen sollte. Zunächst einmal solltest du dir bewusst sein, dass die Anzahl der Kerne in den allermeisten Games eine eher untergeordnete Rolle spielt. Deutlich entscheidender ist in aller Regel die Taktfrequenz, die allgemeine Single-Core-Leistung und in erster Linie auch die Leistungsfähigkeit deiner Grafikkarte. Dennoch gibt es einige CPU-anspruchsvolle Titel, wie zum Beispiel Battlefield 1 oder Shadow of the Tomb Raider, bei denen vier Kerne ohne SMT bzw. Hyper-Threading ziemlich stark ruckeln und den Prozessor voll und ganz auslasten. In diesen beiden und auch in den sonstigen CPU-lastigen Games sind vier Kerne für ein flüssiges Spielerlebnis also nicht mehr ausreichend. Anders sieht es hingegen aus, wenn der Prozessor über vier Kerne und acht Threads verfügt, dann wirkt das Bild schon wieder wesentlich stabiler und flüssiger. Und genau solche Prozessoren mit vier physischen Kernen und doppelt so vielen Threads sind meine aktuelle Mindestempfehlung für Gaming-Systeme. Hiermit lassen sich so ziemlich alle aktuellen Titel problemlos zocken, doch auch hier ist es wieder einmal schwer zu beurteilen, wie lange das noch so sein wird. Vor allem hinsichtlich der kommenden Konsolengeneration, die ja bekanntermaßen auch Einfluss auf die Leistungsanforderungen der PC-Spiele haben wird, erscheinen vier Kerne und acht Threads doch ziemlich, ziemlich knapp. Wer allerdings eher ein Gelegenheitsspieler ist, nicht die CPU-lastigsten Games zockt und keinen allzu großen Wert auf eine hohe Zukunftssicherheit legt, kann auch im Jahre 2020 noch bedenkenlos zu einer Quad-Core-CPU greifen. Wer wiederum etwas höhere Ansprüche hat und auch in den nächsten paar Jahren nicht unbedingt aufrüsten möchte, dürfte mit einem 6-Kern-Prozessor deutlich besser bedient sein. Vor allem gibt es aktuell bereits für knapp über 100 Euro die ersten 6-Kern-Modelle, wie den Army Ryzen 5 1600 AF, den 2600 oder den ca. 160 Euro teuren Ryzen 5 3600, der sich in Sachen Gaming-Performance auf alle Fälle sehen lassen kann. Intels günstiger 6-Kern-i5-Prozessor ist der i5-10400, wobei dieser ca. 180 Euro kostet und in Sachen Leistung fast gleichauf mit dem 3600 ist. Wer ein etwas höheres Budget für seine CPU bzw. für seinen zukünftigen Gaming-PC zur Verfügung hat, greift am besten zu einer Octa-Core, also 8-Kern-CPU, wie den Ryzen 7 3700X oder den i7-10700K. Zwar gibt es kaum Spiele, die von dieser Kernanzahl tatsächlich profitieren, allerdings ist die reine Zukunftssicherheit natürlich dennoch ein Stück weit besser und vielleicht verwendet ihr auch CPU-lastige Programme, in denen es auf Multicore-Performance ankommt. Mehr als 8 Kerne sind fürs reine Gaming zur aktuellen Zeit noch nicht wirklich notwendig, sondern vielmehr was für Videoschnitt, Streaming oder andere professionelle Anwendungen. Welchen Prozessor verwendest du derzeit? Schreib es mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare und vergiss außerdem nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und ein kostenloses Abo dazulassen, um kein weiteres spannendes Themenvideo mehr zu verpassen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, tschau tschau.